Hallo jetzt was geht es dir mein Operator und ja heute ist für euch ein gediegenes gute Laune Commentary Ich war heute noch ein bisschen in der Stadt mit ein paar Kumpels und jetzt Leute nachher noch eine gediegene Skisch reingezogen jetzt habe ich einfach die übertrieben beste Laune die man nur haben kann und ja Beste Laune, gute Laune Commentaries sind eh immer Gern gesehen bei mir und darum dachte ich mir ja nimm's doch einfach mal ein gediegenes frei für alle auf Black Ops 3 In Black Ops 3 auf Alter wie Glück ich einfach hatte bei dem Kill Digga, was ist das für eine Granate man Ja Digga, wirf doch mit Granaten, ja Digga Oh Shit, die Gegner sind aber ganz schön sweaty unterwegs heute Okay, dafür haben wir halt den anderen geholt Okay Drohne erreicht Digga, das wird sogar noch was Okay, wir haben einen Blitzschlag Wir haben die Hellstorm, Leute das wird was Kein Kill mit der Hellstorm Ah, der hat eine verfickte Konterdrohne oben Okay, wir haben schon mal 10 Kills Zu 17 Alter, hatte ich den Theron gedrückt, meine Freunde Schnell synchronisiert Jetzt die Sensor rauszuhauen wäre jetzt nicht so schlau Digga, zwei Kills mit dem Blitzschlag Noch erreicht Es ist nicht schlau Digga, er schluckt drei Schüsse mit der Sensor Was ist mit dem los? Der hat ja absolut den Schluckmodus aktiviert Und jetzt schluckt er noch mehr Okay, den haben wir Gediegen, weggesnackt So, wo sind die Gegner? Den haben wir Gediegen Der war knapp Okay Wieder ein Gegner Ja, schön, eine Drohne noch erreicht Hey, das wird noch was, Jungs So Vereimt, aber Blitzschlag Nein, er wirft mit C4 um sich Ah, scheißegal Blitzy, Witzy Okay, sehr schön Noch einen Kill gemacht mit dem Blitzschlag Schlechtestes, Alter Wie viel der wieder geschluckt hat, Leute War wieder klar, dass der Typ Erster ist, ne? So Insanity schön geholt Sehr gut Nein, Insanity darf nicht gewinnen, Mann Fuck Alter Wenn ich den jetzt noch hole, Leute Dann bin ich echt proud Dann bin ich echt proud So Er braucht noch zwei Kills Ja, scheiße Ah, fuck Er braucht immer noch zwei Kills Ich brauche noch drei Leute, Leute Oh mein Gott, was war das für ein Frei für alle Ich hab ihn so geraped Oh mein Gott, Leute 30,9 Holy shit Vielen Dank fürs Zuschauen Das war meine gute Laune-Kommentare Ihr seht's Wenn ich gute Laune hab, zog ich gleich zehnmal besser Vielen Dank fürs Zuschauen Haut rein Bis zum nächsten Mal, Leute Tschau Tschau Komm Tschau Tschau